In diesem Video schauen wir uns die beliebtesten und besten Kärcher Hochdruckreiniger an, so dass ihr eine passende Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran und schaut nach dem Video auch mal in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr mehr zu den Modellen wie den tagesaktuellen Preis oder die Herstellerangaben erfahren oder euren Favoriten vielleicht auch gleich bestellen wollt. Starten wir das Video mit dem ersten und auch beliebtesten Modell von Kärcher. Es handelt sich aktuell hier um den K3 Power Control. Das Modell aus der Einsteigerklasse. Er kommt mit einem sehr kleinen und kompakten Aufbau, aber trotzdem einer soliden Leistung von 120 Bar und einer Wasserfördermenge von 380 Litern die Stunde. Dies ist die geringste Leistung im Vergleich, aber es handelt sich ja auch um das Modell der Einsteigerklasse. Überzeugen kann der K3 Power Control nicht nur durch ganz solide Leistungsdaten, sondern auch durch eine einfache Benutzbarkeit im Alltag. Dafür sorgt zum einen die 7 Meter Schlauchlänge und auch der starke Lieferumfang, welcher zwei Sprühlanzen mit unterschiedlichen Winkeleinstellungen sowie einen Flächenreiniger umfasst. Dieses Homekit Set von Kärcher kommt außerdem mit einem Reinigungsmittel für Terrassen und Bodenoberflächen. In Kombination mit dem Flächenreiniger lassen sich hier in diesem Set also auch größere Flächen auf einmal reinigen. Möchte man da Gegenstände oder Fahrzeuge oder auch Hauswände reinigen, benutzt man einfach eine der beiliegenden Sprühlanzen und stellt den Winkel auf die gewünschte Anforderung ein. Alles in allem handelt es sich beim K3 Power Control vor allem um einen sehr starken Preis-Leistungssieger, vor allem wenn man das Modell zusammen mit Homekit bestellt. Für aktuell ungefähr 150 Euro ist der K3 Power Control im gesamten Set erhältlich und damit perfekt für die allermeisten Anforderungen und Arbeitseinsätze geeignet. Wenn ihr auf der Suche nach vor allem einem besonders günstigen Modell wart, dann schaut jetzt gerne mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr alles weitere zum K3 Power Control Home erfahren. Oder bleibt auch gerne dran, um die nächsten Modelle mit noch mehr Funktionen und vor allem stärkerer Leistung kennenzulernen. Aus der nächsten Preis- und Leistungsklasse möchten wir euch hier den K4 Power Control Home vorstellen. Das Modell kommt mit 130 Bar Leistung und einer maximalen Wasserfördermenge von 420 Litern die Stunde. 10 Bar Druck also mehr und 40 Liter pro Stunde mehr Wasserfördermenge als der eben vorgestellte K3. In Kombination mit dem großen K2 Flächenstrahler, welcher ebenfalls noch einmal eine bessere Flächenleistung absolvieren kann, ist dieses Modell besonders gut für die Terrassen- und Einfahrtreinigung geeignet. Konnte der eben vorgestellte K3 Power Control bis zu 25 Quadratmeter pro Stunde reinigen, hat dieses Modell schon eine Reinigungsleistung von bis zu 30 Quadratmeter die Stunde, was wie gesagt an der besseren Leistung und auch dem besseren Flächenstrahler liegt. Auch die Rangierfähigkeit wurde durch die höhere Schlauchlänge von 8 Metern sowie die wesentlich größeren Transport- und Manövrierräder erweitert. Für einen einfachen Transport besitzt das Modell auch einen ausfahrbaren Teleskopgriff, durch den sich das Modell praktisch an den gewünschten Einsatzort bringen lässt. Durch ein einfaches Steckfahren kann man hier zwischen den unterschiedlichen Aufsätzen auswählen, neben der Multifunktionsdüse zum Beispiel auch die Dreckfräse oder den im Lieferumfang enthaltenen Flächenreiniger anschließen. Neben der stärkeren Leistung, dem verbesserten Flächenreiniger und den sonstigen schon erwähnten Funktionen unterscheidet sich der K4 vor allem bei der Benutzung des Reinigungsmittels. Der K3 hatte einen Reinigungsmitteltank, der mit der beiliegenden Reinigungslösung befüllt werden konnte. Beim K4 Power Control wird das Mittel, also die Flasche, direkt und einfach eingesteckt. Wenn der K4 Power Control genau das Richtige für euch zu sein scheint, dann schaut euch jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung um. Dort könnt ihr alles weitere zum Gerät erfahren und diesen Bestseller von Kärcher dort auch direkt bestellen. Als drittes und vorletztes möchten wir euch den beliebten K5 Power Control von Kärcher vorstellen. Dieses Modell kommt mit noch einmal mehr Leistung und vielen nützlichen Funktionen. 145 Bar Wasserdruck und eine maximale Wasserfördermenge von 500 Liter in die Stunde kann dieses Modell aufbringen. Im Vergleich zum K4 Power Control ist dies noch einmal 15 Bar mehr Wasserdruck und 80 Liter mehr Wasserfördermenge. Das auch dafür, dass hier vor allem die Reinigungsleistung extrem zunimmt. Statt 30 Quadratmeter die Stunde können hier ohne Probleme 40 Quadratmeter pro Stunde vom K5 Power Control gereinigt werden. Dieses Modell ist auch in unterschiedlichen verschiedenen Ausführungen erhältlich, unter anderem auch mit einem kompletten Reinigungsset inklusive Flächenstrahler. Auch hier ist wieder der T5 Flächenreiniger dabei, welcher eine enorme Reinigungsleistung besitzt und so vor allem auch für größere Terrassen und Einfahrten geeignet ist. Der K5 Power Control überzeugt neben der höheren Leistung auch noch durch viele starke Sonderfunktionen. Beispielsweise die Schlauchtrommel, wodurch der insgesamt 10 Meter lange Hochdruckschlauch aufgerollt werden kann. Die hohe Reichweite von 10 Meter Schlauchlänge und 5 Meter Stromkabel sorgt für die im Vergleich mitunter beste Reichweite und damit höchste Flexibilität beim Arbeiten. Somit ist das Modell auch in Kombination mit der hohen Leistung für sämtliche Arbeiten rund um Haus und Garten geeignet. Egal ob das Reinigen von Fahrzeugen, Zweirädern, Gartenmöbeln oder auch Fassaden und Böden, der K5 Power Control von Kärcher ist für alle möglichen Anforderungen gewappnet. Dabei lässt sich die Leistung hier auch ganz einfach über das Display an der smarten Hochdruckpistole einstellen und weitere smarte Tipps für die Reinigung und auch Reinigungsanalyse Daten kann man über die smarte Kärcher Home App einsehen. Insgesamt ein Modell, welches schon mit absolut starker Leistung und super Funktionen kommt und wie gesagt auch gleich im Set mit Flächenreiniger und allen sonstigen Aufsätzen geliefert wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, was das Thema Leistung und Arbeitsreichweite angeht, der kann sich jetzt über den dritten Link in der Videobeschreibung nochmal genauer zum K5 von Kärcher informieren. Oder bleibt gerne noch dran, denn als viertes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell vom Hersteller Kärcher vorstellen. Die Premium-Klasse, bevor es dann zu den Industriemodellen vom Hersteller Kärcher geht, es handelt sich um den K7 Premium Power Home. Mit 180 Bar Wasserdruck und einer Durchflussrate von 600 Litern die Stunde, das mit Abstand stärkste Modell im Vergleich. In Kombination mit dem Flächenreinigerset, welcher den neuen T7 Flächenreiniger von Kärcher besitzt, hat das Modell eine maximale Flächenreinigungsleistung von bis zu 60 Quadratmetern die Stunde und kann somit auch die allergrößten und schwersten Reinigungsarbeiten im Nu vollziehen. Neben dem Flächenreiniger kommt dieses Modell ebenfalls mit der smarten Sprühpistole und auch einem Dreckfräser und Multiwinkelaufsatz. Sowie auch einem Reinigungsmittel. Diese Reinigungsmittelflasche lässt sich auch hier wieder direkt in den Hochdruckreiniger einstecken und über die Düse kann man dann auswählen, ob man wahlweise eine Schaumreinigung erhalten möchte. Dabei ist hier auch eine Schlauchtrommel, ein ausziehbarer Teleskopgriff und große Transporträder. Des Weiteren kann sämtliches Zubehör ganz einfach vorne am Gerät eingesteckt werden, wo es jederzeit sehr einfach für den Einsatz erreichbar ist. Egal ob Terrassen, Fahrzeuge, Gartenmöbel, Zäune, Wege, Mauern oder Fassaden, der K7 Premium Power Home ist der ideale Partner für alle Reinigungsaufgaben im Garten und rund ums Haus. Auch dieses Modell ist wieder in unzähligen verschiedenen Varianten erhältlich. In der teuersten Variante, der Smart Control Version, ist auch hier wieder eine Bluetooth-App-Verknüpfung möglich, wodurch man Analyse, Daten und Tipps zur Reinigung bekommt. Und auch bekommt man hier die smarte Powerpistole mit LCD-Display, über welches man die Druckstufe individuell und ganz einfach per Knopfdruck an die Anforderungen anpassen kann. Alles weitere zu diesem Premium-Modell aus der vierten und letzten Preisklasse über den vierten Link in der Videobeschreibung.